Howdy Leute, euer Mifthaka hier und es geht los, wir gehen rein, Solo Flawless Prophecy. Grube kam ja ganz gut an bei euch, deswegen habe ich mir gedacht, ich wollte die Dungeons eigentlich ja aufsteigend machen, von der Schwierigkeit her. Demnach würde ich jetzt erstmal, hätte ich jetzt eigentlich erst so gemacht, aber ich habe mir auch gedacht, ey Prophecy hat einfach so mit das schönste Emblem, was man für eine PvE Aktivität bekommen kann. Also machen wir jetzt Prophecy. Und um hier auf Nummer sicher zu gehen, dass ihr das Ganze schafft, gehen wir mit dem Solarteiten da rein, ja. Mit dem Solarteiten kann euch nichts passieren, ihr könnt eigentlich nicht sterben, außer natürlich, ja, Sparophase oder wie ich, ja, ich war schon einmal beim Boss. Dann kam meine Tochter rein und ja, da musste was geklärt werden und dann bin ich runtergeplumpst, habe nicht darauf geachtet. Auf jeden Fall ist es so, dann habe ich nochmal neu gestartet, dann bin ich an meiner Granate gestorben, wie auch immer das funktionieren konnte. Und danach zweimal in der Wüste bei den Fäulen, ich habe eine Fäule gemacht, dann wollte ich die zweite machen. Und dann war es so, die hat sich immer wieder aufgebaut. Kannte ich so auch noch nicht, ja, also ich konnte das, ich konnte da nicht weitermachen, weil die ist immer wieder neu gespawnt. Die Aids sind auch alle stehen geblieben, die haben nichts mehr gemacht, aber ja, ich habe das mal geklippt. Gucken, ob ich da mal irgendwann so einen kleinen Miniclip mache. So, hier mache ich das immer so, hier aus dem ersten Raum nehme ich schon mal dunkel mit. Das mache ich aus dem Grund, weil im nächsten Areal ist sehr viel hell und ja, man, das geht sich halt easy aus von der Zeit. Deswegen nehme ich dunkel hier schon immer mit. Man kommt auch sehr schnell rüber damit, ja, deswegen ist das ganz gut. Ja, ihr seht ja, Zeit ist dicker, also. Und dann kann ich nämlich hier die Ritter eben kurz einfach nur im Nahkampf machen. So. Und dann machen wir den hier noch eben. So. Okay, okay. Dann mal ab zum Boss. So, den Boss werden wir mit Klage spielen. Den, ähm, kann man tatsächlich also in dem einen Run, also beziehungsweise in zwei Runs von denen jetzt. Ähm, da habe ich den auch gewone-faced mit Klage, ja. Also ich starte dann immer mit der Super und, ähm, dann den Rest mit Klage. Klappt auch manchmal nicht. Kommt immer darauf an, wie er gerade geschützt wird, wie viel ihr davon wegmachen müsst und so weiter und so fort. Ähm, aber generell geht das ja gut. Ich habe auch keine leuchtende Klinge drin oder sowas, ja. Also ganz einfach ohne Motz. Ich lasse das Bild auch einfach so. Ich habe keinen Bock jedes Mal umzubauen. Ähm, von daher, wir nehmen wir einfach hier nochmal einen Schwertfinder. Vorsichtshaber mit da rein. Brauchen wir jetzt noch nicht, aber ist ja auch egal. So, ja, dann eben Banner klatschen und let's fetz. Ähm, dann ist es folgendermaßen, was ihr hier machen könnt, als kleinen Trick. Wenn ihr mal rausgeschubst werdet, springt rüber an den Rand, ja. Springt dann einfach darüber, wenn ihr es nicht mehr schafft, euch mit dem Schwert zurückzuhauen. Weil dadurch bekommt ihr, ähm, Verbündetenbeitritt, ja. Und dann landet ihr einfach wieder auf der Platte hier und alles ist gut. So, einfach mal schon mal die Barrikade stellen. So, wir haben zuerst dunkel gemacht. Dann bleiben wir auch bei dunkel. Die kleinen hier zwischendurch ein bisschen weg machen. Da die Dudes sich ja die ganze Zeit duplizieren. Ach man, jetzt habe ich mich verdrückt, Alter. Oh, mhm. Jetzt ist mein Hammer gar nicht da. Ja, wir umtänzeln dich hier einfach, Kollege. Wir umtänzeln dich einfach. So. Dann machen wir halt erst hell. So, ganz einfach ist das. Und es ist natürlich so, dass ihr es schaffen könnt, wenn ihr das in der Mitte macht, beide zu aktivieren. Haben wir geschafft. Gut, haben wir den einen wieder rausgeholt. Sehr gut. So, dann räumen wir hier gerade ein bisschen auf. Oh. Weil sonst wird es ja echt voll. Was brauchen wir jetzt noch? Dunkel, ne? Ja. So. Ja, dann nehmen wir mal dunkel mit. Also ihr habt es gesehen. Einfach mit dem Schwert zurückhauen, ja? Ist jetzt auch nicht das Problem zur Not. Na, warte. Lassen wir das jetzt ins Dunkel. So. Ja, dann gucken wir mal, ob das jetzt nochmal klappt. Ja, perfekt. Hatte geklappt. So, dann jetzt einfach mit der Super drauf hier. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Aber das war jetzt Mist. Das war jetzt Mist. Ne, das wird aber gar nichts hier mit One Face. Oh, Mann, da. Das buggt auch manchmal so rum, das Schwert. Holy shit, ja. Das war gar nichts. Aber, wie ihr das von mir kennt, ja? Hier wird nicht verschönert oder sowas. Wir lassen den One natürlich. Weil es geht jetzt auch nicht hier darum, dass wir jetzt hier unbedingt einen One Face auf Krampf hinkriegen. Sondern, dass ihr das Ganze schafft. Und ihr seht schon, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt hier. Ihr seid unkillable. So, dann gucken wir mal, ob wir es nochmal schaffen. Also nicht, hat es geklappt. Ja, sehr gut. Gut, dann brauchen wir jetzt noch einmal hell und einmal hell. Meine Güte, hier ist aber auch was los. Ja, ich bin da ein bisschen faul. Wenn ihr hier auf Nummer sicher gehen wollt, dann spielt lieber so, dass ihr hier ein bisschen mehr aufräumt, als ich das jetzt mache. Und dann die Barrikade stellen. Dann haben wir hell auch. Zack. Ja, und jetzt noch einmal dunkel. Oh, schnell ins Dunkel. Ja, der eine ist jetzt schon hell geworden. War doch richtig, oder? Ich brauche dunkel noch. Oh ja. So, super, haben wir auch wieder. Perfekt. Dann, let's go. Also das ist auf jeden Fall hier mit Solarteiten. 20er Ruhrpuls. Ganz entspanntes Ding. Und klage, wie gesagt, am besten einfach immer zweimal einen leichten, einmal einen schweren. Das ist die beste Kombo, die ihr auf jeden Fall mit der Klage machen könnt. So, jetzt nehmen wir schon mal den Donnerlord mit rein und können uns auch schon mal einen MB-Finder reinmachen für die Würfelphase, weil ich werde Donnerlord da auch spielen. So. Money ist voll damit. Da haben wir auch noch Heavy. Ja, dann sind wir auf jeden Fall bestens gewappnet für die Phase. Ja, Wüste. Was soll ich euch da? Also da gibt es nicht wirklich was zu beachten. Macht euch die Sniper weg, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Ansonsten kann da eigentlich nichts passieren. Lasst euch nicht auf dem Sparrow erwischen von mehreren Snipern oder sowas. Dann könnte es vielleicht mal einmal eng werden, aber sonst gibt es da nichts. Und dann einfach hier die Vollen eben mit dem Fusi weghauen. Zwischendurch den Hammer werfen, Barrikade stellen. Ja, dann habt ihr nämlich schon mal die Wiederherstellung aktiv. Könnte da eben Sniper weggenommen. Dann darauf aufpassen, wo Tolent hinfliegt. Jawohl. Der zeigt euch nämlich das nächste Ziel an. Ich habe es jetzt gerade noch nicht gesehen. Äh, da. So not könntet ihr auch hier den Hammer schmeißen, aber wenn ihr keine Munition habt, könnt ihr noch ein bisschen mit dem Hammer werfen. Auch okay. Ja. Bisschen Muni einsammeln. Da könnt ihr auch mal so ein bisschen gucken, ob die Muni fallen lassen, damit ihr auch immer weiter mit dem Fusi ballern könnt. Äh. Und wo fliegt der Gute hin? Da rüber. Und wo sind sie? Da sind sie schon. Ja, also im Vergleich zu früher ist das wirklich, also der Status, den man jetzt mittlerweile im Spiel hat, der ist mächtig. Der ist auf jeden Fall mächtig. So, wir triggern unsere Wiederherstellung. Wenn man das ja an muss, man Hammer. Da ist man nicht mal. Egal. So, den machen wir eben weg. Den machen wir eben weg. Den machen wir auch eben weg. So, ja. Keine Dinge zu mehr. Einmal Wiederherstellung triggern. Ein bisschen Hammer reinwerfen. So, wir haben wieder Fusi bekommen. Zack. Und zack. Zack. Und zack. So, haben wir das auch. Wo fliegt der Gute hin? Es geht hier hin. Und ihr seht das dann auch am Ausgang. Also da, wo ihr hin müsst, da muss dann auch der Toland im Ausgang sein. Ja, also davor. Dann wisst ihr auf jeden Fall, ihr seid richtig. Und ist das hier der Fall? Ja. Ja, jetzt kommt die Würfelphase. Das war tatsächlich für mich früher so ziemlich das Schwerste. auf dem Warlock. Ich glaube, auf dem Warlock war es das erste Mal. Und das war schon... Oh, nein. Puh. Haben wir aber Glück gehabt. So, wir haben eigentlich alle so, wie wir spielen wollen. Das heißt, Banner setzen. Ja, hier Würfelphase. Was soll ich euch sagen? Da braucht ihr mit dem Bild hier auch keine Sorgen mehr zu haben. Also eben schnell die Sniper wegholen. Kurz gucken, wo Toland ist. Und das war's. So, wir brauchen Dunkel. Zwischendurch könnt ihr hier eben die Kleinen so ein bisschen wegmachen. Hey, wo ist mal ein Hammer hingeflogen? Hä? Ach da. So. Wo ist er jetzt schon wieder? Okay, wir brauchen Dunkel. Das heißt, den nehmen wir auch noch. Ein Danken und rein in die Mitte. Nein, also das war früher, da hat man entweder sowas wie Risikoreich gespielt. Ja, weil man bekommt natürlich hier viel Akkuschaden. Da hat der Akkusleiter von Risikoreich unwahrscheinlich geholfen. Und Adclear natürlich auch. Äh, dreifaltigkeitsgul, das war glaube ich sogar das, was ich gespielt hatte. Ähm, für den, für den Adclear einfach, ja, damit man so schnell wie möglich hier das ganze Kleinvieh weg hat. Weil das war zu der Zeit, also bevor es hier auch das ganze Belastbarkeitsänderung noch nicht gab und kein, kein, äh, Rework 3.0 war das echt, echt übel. Also man musste wirklich extrem aufpassen. Gerade hier auch Feuer und sowas. So, wir brauchen Dunkel. Ist das hier dunkel? I hope so. Ja, das ist dunkel. Brauchen wir einen Hammer. Mach Hammer! Das war auch dunkel. Nein! Nein! Ich brauche noch mal dunkel. Perfekt. Wer kommt hier? Nee! Der kommt hier gar nicht. Wo ist der Ritter? Brauchen. Perfekt. So, Perfekt. Das war auch hier direkt. Ein Danken. Und rein in die Mitte. So, wo ist Toland? Hell brauchen wir. Hammer, boy. Was hat man gesagt? Hell, na, das passt uns. Der steht gerade richtig. Wo ist der andere Lutschkopf? Ja, wenn ihr mal, wenn Toland mal nicht ist, ähm, ja, dann denken immer viele, ich weiß gar nicht, was wurde da früher gesagt, an die Decke gucken oder sowas. Ihr müsst dann einfach gucken, wo der, wo der Würfel nicht leuchtet, an welcher Wand und müsst dann halt, denn dementsprechend, ähm, müsst ihr halt selber überlegen, wie ihr den drehen müsst. Ähm, Toland ist bei dunkel. Einmal barrikadestellen. Oh, ja, jetzt schmeckt man aber ganz schön auf der Pelle hier. So, haben wir. Äh, da fehlt noch einer. Oh, nein, 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 nein. Oh, ja, 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 das war knapp. So. Das sind wir hier hin. Und ab in die Mitte. Also ich finde, das lässt sich so sehr gut spielen, das Lowdown. Also Springflut bekommt ihr ja für die Leute, die es nicht wissen, den Schmelztiegel, ja. Für mich das beste Fusionsgewehr auf jeden Fall für PvE. Und, ähm, hier die, die, äh, Multi-Werkzeuge, die könnt ihr fahren, Donnerlord, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht aus dem Kopf, wo man die noch bekommt. Das kann ich euch gar nicht sagen. So, jetzt haben wir gar nicht geguckt, was brauchen wir? Wir brauchen dunkel. Ich gebe mal einmal eine Respektschelle hier. Hier müsste dunkel sein, ne? So, wo ist der andere? Munition geht sich eigentlich auch aus. Also ihr seht ja, bis jetzt Heavy habe ich nicht bekommen. Ich nehme die Donnerlord halt wirklich nur mal, wenn ich, äh, wenn ich einen, äh, Ritter auf Range machen muss oder sowas. So, dann sind wir jetzt auch schon beim Boss. Oh. Das sind halt zwei so Minibosse. Zieht einfach für den ersten, zieht die Ulti. Den, äh, zweiten macht der einfach mit Springflut oder mit der Donnerlord. So, jetzt können wir schon mal unseren Melee ändern, weil jetzt kommt gleich die Sparrow-Phase, beziehungsweise wir werden ein bisschen fahren und ein bisschen laufen. Weil ihr auf Nummer sicher gehen wollt, kann ich euch nur empfehlen. Also ich bin zwar immer durchgefahren, ja, das war aber auf Konsole. Ich kann auf dem PC irgendwie, ich kann nicht so gut Sparrow fahren, weil ich habe mir das noch nicht eingestellt, wie es am besten ist mit der Konfiguration, weil ich kann meine Finger nicht von WASD lassen. Und manchmal mache ich da, komme ich da so doppelt drauf und dann mache ich halt den Seitwärts-Boost und das ist dann in manchen Situationen fatal. Deswegen werde ich da gleich relativ entspannt und langsam runterfahren und ein bisschen hüpfen, damit ihr das aber auch seht. Wie gesagt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, lauft einfach runter, also springt die Platten einfach runter. Und dann seid ihr durch damit. An sich ist Durchfahren, wenn man die Strecke kennt, kein Problem. Gibt so zwei, drei Stellen, da muss man ein bisschen aufpassen, beziehungsweise springt man da am besten dann eben kurz ab. Aber ansonsten ist das eigentlich fluffig. So, mal nachgeladen ist alles. So, ja, dann würde ich mal sagen, let's go. Die Rainbow Road, ja, die fahren wir jetzt hier runter. Dazwischendurch ein bisschen bremsen. Nein! Das war jetzt aber knapp, ey. Alter Schwede. Ah, das ist natürlich, auf Warlock ist das natürlich um einiges entspannter, wenn ihr dann mit Icarus-Dash dann arbeiten könnt. Das natürlich, das meine ich, das meine ich. Ich mache diese, das kriege ich, ich kriege das nicht raus. Ich mache diese Seitwärts-Boosts auf jeden Fall. Aber auch nur, wenn ich, also so in Situationen, in manchen Situationen so zum Lenken, also das ist, ähm, ne, ich steige, ich steige lieber ab. Ich gehe auf Nummer sicher. Ja, wir brauchen jetzt hier ja kein, kein Speedrun oder sowas machen. Hier können wir nochmal eben ein Stückchen fahren. So, dann normalerweise fahre ich auch hier rüber dann. Ja, das mache ich jetzt aber auch nicht. Ich will jetzt auch nochmal sicher gehen. Und ich werde auch hier absteigen, ja. Normalerweise könnt ihr dann darüber auf die, auf die Platte fahren. Mit dem Spebo. Das werde ich jetzt aber auch nicht machen. Aber dann könnt ihr von hier weiterfahren. Da werde ich jetzt auch mal ein bisschen Opa-like hier erfahren. Auch hier würde ich nochmal vorsichtshalber absteigen. So, und dann würde ich einfach sagen, jetzt ab hier, da springen wir dann mal eben runter. Weil da vorne, das Problem ist auch, da kommen dann halt, kommen dann halt auch Bumper. Ja, und da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, weil je nachdem, wie ihr dann da gerade herfahrt, ja, dann bammt ihr halt runter. Und das wäre nicht so schön. So. Und ihr könnt einfach hier ganz entspannt. Könnt ihr dann runterlaufen. Ist wahrscheinlich sogar, ähm, ist wahrscheinlich sogar kürzer als fahren. Würde ich glatt mal behaupten. Vom Gefühl her. Ach, nun werdet ihr, ach, Entschuldigung, werdet ihr hochgezogen. Und dann sind wir auch schon im Bossraum. So, Boss werde ich spielen mit Dürresammler Taipan. Das war eigentlich ein gutes Zwei-Phasen-Ding vorhin. Aber ich bin dann halt beim Blitz-Millimeter runtergefallen. Ist dann halt so. Ähm, ansonsten, wie gesagt, viele von euch werden vielleicht noch keine Raid-Waffe haben mit Bait & Switch oder sowas. Ähm, deswegen nehmen wir einfach Taipan. Die könnt ihr craften. Dürresammler könnt ihr auch kaufen. Also von daher alles fluffig. So, Taipan habe ich natürlich jetzt hier, weil wir Solo sind mit Raserei. Und, ähm, so, Dürresammler. Wir packen uns ein Linear-Fusionsgewehr-Finder drauf. Zack. Plünderer-Jagd mache ich jetzt nicht drauf. Ich habe keine Lust umzubauen, Leute. Tut mir leid. Okidoki. So, was wir noch machen müssen, ist den Melee ändern. Mit dann wieder unseren guten Hammerwurf haben. Und dann würde ich sagen, let's fetz. Ja, hier gibt es eigentlich auch nichts zu beachten. Ihr könnt halt eh nicht sterben. So getreu dem Motto. Bisschen Klein-Fiel wegmachen hier, ja, sonst wird es auch zu doll. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was brauchen wir? Ich habe jetzt hier dunkel gemacht. Brauchen wir überhaupt dunkel? Naja, wir brauchen gar kein Dunkel. Ah, let's go. Auch nicht schlecht. Einfach mal gar kein Dunkel. So, schon mal Barrikade stellen. Ja, die könnt ihr ruhig immer zuerst stellen. Dann habt ihr die Wiederherstellung schon mal aktiv. So, helle Partikel haben wir eins. Oh nein, jetzt habe ich mal einen Hammer daneben genommen. No more Hammer. So. Einen Danken. Na, dann kommt jetzt hier ein Ogre. Die ersten beiden machen. Den letzten können wir ignorieren. Zweck der Kamerad. Wir machen jetzt mal ein bisschen. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Klein-Fiel weg hier. Wie gesagt, bevor es zu viel wird. Hier haben wir wieder Hell. Nein, jetzt sind die schwarz geworden, weil ich da gerade in diesem kleinen Schatten stand. So, du aber Kollege. Du wirst aber hell. Ja. Ja, auch. Perfekt. So, wieder die Barrikade stellen. Und Nate da rein. Und noch einmal hell. Und noch einmal hell. Und dann geht's auch schon los. Ja, hier haben wir natürlich jetzt viel Muni gehabt. Und ich weiß schon, dass das gleich im nächsten Raum wieder anders aussieht. Okidoki. Ja, dann würde ich mal sagen, let's fetz. Oh, wir machen mal irgendwie Schnapper weg. Nein, jetzt hatte ich den Dürresammler ausgewählt. Und ich habe noch daneben geschmissen. Oh, das ist nicht gut. Aber was ist denn mit meinem Dürresammler los hier? Was schieße ich denn da hin? Ach. Hallo. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ich stand voll hinterm Stein. Ich stand voll hinterm Stein, Alter. Ja, die erwischen mich wahrscheinlich auch noch. Oh, das ist jetzt richtig kacke gelaufen. Oh, Junge, 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 Junge. Das war ja mal voll Katastrophe. Was hat mich denn hier gemacht? Alter Vater. Leute, Leute, Leute. Das kam jetzt hier hinten. Digga, ich lasse das drin. Keine Sorge. Das war auf jeden Fall hart verkackt. So, hart verkackt. Damage unterirdisch. Ja, ich muss auf jeden Fall doch mal wieder öfter die Dungeons spielen, glaube ich. Man merkt schon, dass man da extrem nachlässt, wenn man das länger nicht mehr macht. Ok, ok, was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben auf jeden Fall Dunkel. Das heißt, da können wir den Kameraden zu machen. Und den ja auch. Ok, ok, der ist weg. So, was haben wir denn noch? Hell, hell, hell. Zweimal hell. Okay, zweimal hell. Hell ist uncool wie gerade. Oh, das wird auf jeden Fall so ein Drei-Phasen-Ding. Mein lieber Schalier, mein lieber Schalier. Oh ja, es wird ein Drei-Phasen-Ding. Also, das schaue ich auf jeden Fall. Oh. Den auch mal eben weg. Oh, ein bisschen Muni wäre gut, Jungs. Wenn ihr ein bisschen Muni fallen lassen würdet. Ja, da ist schon mal was. Sehr schön. Hell war auch mal hell. Aber ja, wie gesagt. Ihr braucht euch halt auch keinen Stress machen, weil es ist halt sonst wirklich easy. Dann braucht ihr halt drei oder vier Phasen. Macht euch da nicht verrückt. Weil es ist Chili-Vanilli. Herr Ritter, könntest du jetzt mal bitte hier rüberkommen? Das wird doch so nix. Oh. Ist das hier hell noch? Zählt das noch als hell? Ne, ich glaube nicht, oder? Doch, hier. Hier, hier. Hier zählt als hell. Dann kommen Dürresammer. Kill den bitte. Sehr schön. Sorry. So, und jetzt kriegen wir den Respawn. So, das ist nämlich dann der letzte. Und dann werden wir aber gleich erst mal klären. Und hoffen, dass wir noch ein bisschen Muni bekommen. Ja. Ja, da haben wir noch mal ein bisschen was. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was gehabt. Gehen wir noch ein bisschen mehr. Zehn Schuss ist ein bisschen Mauer. Geht noch was hier? Geht noch was? Nein, 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 nein. Ja, dann müssen wir umdisponieren. Lass mich mal eben looky, looky machen. Ach, weißt du was? Scheiß auf. Ich fange jetzt an. Ich fange jetzt gar nicht an, Waffen zu wechseln. Ist egal. Dann ist das halt so. Oh mein Gott. Das waren jetzt auch natürlich schon drei Schuss akkurat daneben gesetzt. Oh, 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 oh. Na, ein bisschen super drauf hier. Ein bisschen super. Super, super. Ey, ich stand doch hinter dem scheiß fucking Stein. Was ist denn los mit ihm? Was ist denn los mit ihm? Nein, 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 ich wollte schon sagen. Ja, gibt es jetzt halt Primary hier. Du hast es nicht anders gewollt. Da wird hier jetzt richtig wild mit der Primary drauf geschossen. Nein, ich wechsle zu schnell die Waffe. Naja, ist okay. Das sind drei Phasen. Heilige Scheiße. Ich merke echt, dass ich die ganzen Tage jetzt, also jetzt schon echt lange kein Destiny mehr so richtig gespielt habe. Ich habe nämlich die ganze Zeit jetzt MOBA gezockt. Ja, da merkt man dann schon, was da abgeht. So, jetzt hoffen wir aber auf ein bisschen mehr Muni. Das ist der scheiß Raum. Lass mich raten, ich brauche dreimal hell. Dunkel, dunkel, okay. Zweimal dunkel ist okay. Ist okay. Warum habe ich keinen Hammer? Keinen Hammer. Du, mein Freund. Du bist mir ganz schön in Deckung. Ich habe die Partikel nicht eingesammelt. Jetzt nochmal. Ja, das ist, wenn man da zu greedy auf den Damage wird und dann scheißt man richtig rein. Der ist weg. Dunkel braucht man auf jeden Fall noch einmal, oder? Ach, okay. Das war hell. Warum, warum war das da hell? Warum, was, was war denn hier hell? Ist ja auch egal. Klein, klein hier irgendwie schon wegmachen. Die Barrikade stellen. Da sind die Partikel. Wir sind so. Zack. Ein Danken. Ein Danken für die Isserlag. So. Und jetzt brauchen wir noch einmal hell, oder was? Oh, zweimal heavy Paket. Das ist schön. Oder was ist das da? Ja, Isserlag. Ja, dann gehen wir einfach mal hier oben drauf. Oh. Beziehungsweise machen wir das von hier. Locken den hier rüber, den Kameraden. Dann müsst ihr mal ein bisschen gucken. Dann müsst ihr die ein bisschen locken. Ah, jetzt haben wir neun. Neun Schuss. Ja, das sollte reichen. Das sollte sich ausgehen, denke ich mal. hoff' ich mal. Wenn ich natürlich da wieder so ein chaotisches Spektakel mache. Dann vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber meine Dürresammler-Schüsse heute, die sind aber on point. Die sind aber on point. Oh man, warum springe ich denn immer auf seine Platte, ey. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückkehreste. Ja. Dann kommt ein bisschen. so wir gehen schon mal rüber das sollte sich jetzt auf jeden fall ausgehen wenn sich das jetzt nicht ausgeht weil ich dreh durch dreh durch ehrlich ja so könnt ihr es natürlich auch machen ihr könnt es aber auch besser machen das war natürlich der menschen jetzt das war ganz wild war ganz aber ihr seht auf jeden fall als es ist mit dem titan hier tatsächlich ist ja da macht das macht das also kleiner tipp beim boss fight hier werdet nicht zu gierig auf dem match gucken wir gucken uns jetzt das bild an werdet nicht zu gierig auf dem match und dann ist das gar kein problem immer schön nach vorne weil ihr müsst aufpassen links auf eure entropie stacks ja wenn die bei 10 sind dann seid ihr halt tot deswegen immer nach vorne bewegen sniper eben mit dem hammer wegschmeißen ja umschmeißen umschießen wie auch immer dann seid ihr durch damit ja so dann waffen habt ihr ja gesehen ja springflut jetzt beim boss halt dürresammler ich bin am überlegen nächstes mal nehme ich vielleicht einfach mal sniper mit ja sniper und linear fusi spiele ich sonst eigentlich auch immer ansonsten hier kalos mini werkzeug könnt ihr craften die taiwan für den boss damage könnt ihr craften klage ist eine quest donnerlord schreibt es mal bitte in die kommentare wenn es ist ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher ob man die kaufen konnte oder so ich weiß es gar nicht wir müssen nachgucken ansonsten ist das mein bild von seht ihr auch bei mir auf der destiny 2 playlist ja hier ist nur statt asche zu angriff habe ich hier jeweils munitionsfeinder reingenommen für die waffen halt lorelei als exo ansonsten haben wir hier noch detonationsschub und maschinenpistolenlader wir haben hier unsere schadensresistenz mods ja mannigfaltige quellen dann haben wir unseren nahkampfquellen schöpfer damit wir quellen mit dem hammer machen und dadurch machen wir halt auch immer direkt zwei und dann haben wir zweimal bomber ja dadurch bekommen wir abklingzeit der granate runtergesetzt wenn wir klassenfähigkeit einsetzen und geschossquelle bei einer solarelementar quelle wenn wir die aufheben kriegen wir noch mal mehr granaten energie das hier könnt ihr ignorieren ja leute das war es von mir ja 38 minuten dafür dass wir da so verkackt haben also 30 minuten sind auf jeden fall locker drin ich hoffe trotzdem dass euch das spaß gemacht hat und dass euch das ein bisschen geholfen hat könnt gerne wieder ein bisschen feedback dalassen wie bei der grobe ob das okay war so auch ob das alles passt von meinem gesülze ich weiß manchmal selber nicht ich bin manchmal dann auch irgendwo so im film und dann rede ich vielleicht auch einfach irgendeinen schluss daher dass ich weiß es nicht keine ahnung ansonsten zu dem podcast von andy da überlege ich noch mal ein separates video zu machen wo wir oder ich beziehungsweise unter meinem video auf kommentare von euch eingehe und das ganze vielleicht noch mal so ein bisschen im detail beantworte ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen tag ja habt viel spaß und in dem sinne ja viel spaß guten loot und bis zum nächsten mal ciao